Hallo, mein Name ist Jörg Schepers und ich arbeite bei der IBO als Trainer, Berater und Key Account Manager und beschäftige mich dort mit logisch strukturiertem Vorgehen, allerdings auch mit kreativen Ansätzen. Und das gilt nicht nur für meinen Beruf, sondern auch für mein Hobby, das Kochen. Dabei stellen strukturiertes Vorgehen und Kreativität keinen Widerspruch dar, sondern sie sind sowohl beruflich als auch privat sinnvolle Ergänzung. Dieser vermeintliche Spagat beschäftigt mich seit meinem Eintritt bei der IBO im Jahre 1990. Nachdem ich mein Lehramt abgeschlossen hatte, sagte ich dem Kultusminister ade und widmete mich bei IBO von Beginn an der Entwicklung von Seminarkonzepten. Mit Kunden in meiner Rolle als Kundenbetreuer über die zukünftigen organisatorischen Anforderungen zu sprechen und auch mal was abseits der vorgegebenen Leitplanken auszuprobieren, das macht einfach Spaß. Mit einer Arbeitsanweisung, einem logischen Vorgehen, sprich einem Kochbuch, begann meine Leidenschaft fürs Kochen. Heute ist dieses Hobby eher durch kreatives Ausprobieren geprägt. Vergleichbares gilt für die Fort- und Weiterbildungsarbeit. Traditionelle didaktische Konzepte werden durch neue, kreative Wege ergänzt. Nur so ist der Weg von Kundenbedürfnissen und Zielen zu Lösungen sinnvoll. Kommen Sie auf mich zu und lassen Sie uns gemeinsam über die verschiedenen Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildungsarbeit sprechen. Herzlichst, Ihr Jörg Schepers Und dann steht der Weg vom Köln auf dem Weg zu Ausporten.